Die Spionne aus Silkenstein, Bingo-Ringo. Der war aber der Charme oben, der war auch ein bisschen für den Markt, und wir sind schön in einer frottesten Zuschauerreihe gesessen. So kennt man ihn. Fan durch und durch. Der künfteste Satz hier im Büro der osteuropäischen Rückhand. Und die Enkel, Resko Motzkow. Die Niederung spielt auch ja ganz erstes Laufspiel, zwischendurch auch mal den Enkel des Künzelneuer Weltmeisters von 1991. Letzter großer Endspiel, die Defensivkünzelne war schöner. Das Spiel übrigens komplett, alle fünf Sätze aufgenommen mit der Stativkamera. Hier sieht man sie. Zu finden auf YouTube. Kanal 1, Heinrich Steinbrück, der Suchwort im Vortriff. Also mit zwei auf, gegen Wenigach, Daten 2, 17, 18. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie gesagt, dieses Spiel gibt es dann komplett auch als Zettelaufnahme. Einfach Google oder Suchmaschine YouTube. Das ist Friedrich Wohlbach 2017.